Das war's mit der Alternative für Deutschland. Das AfD-Verbotsverfahren steht in den Startlöchern, wird im Bundestag jetzt voraussichtlich besprochen und dann zum Bundesverfassungsgericht eingereicht. Und ja, ich finde das gut. Ich finde das gut, denn es muss endlich Schluss sein, dass man versuchen möchte, die größte Oppositionspartei Deutschlands und den zahlreichen Landesparlamenten, ist sie das, zu verbieten. Und ich möchte, dass der Bundesverfassungsgerichtshof ganz genau entscheidet, muss die Partei wirklich verboten werden? Ja oder nein? Wir gucken uns diese aktuelle Entwicklung an. Ich bin Olli, los geht's. Und wir sehen das hier, die Welt berichtet exklusiv darüber. Genug Abgeordnete zusammen. Bundestag wird AfD-Verbotsantrag diskutieren, Leute. Ja, und man hat mindestens 37 Abgeordnete im Bundestag benötigt und der Marco Wanderwitz, seines Zeichens ja von der CDU und ehemaliger Ostbeauftragter, hat da ein bisschen länger für gebraucht, um die 37 Kandidaten zusammenzubekommen. Aber er hat sie mittlerweile zusammen. Und jetzt soll das Ganze auch umgesetzt werden. Wie läuft das ab? Man muss mit diesen 37, warum sind das überhaupt 37 Abgeordnete? Das sind 5% der Abgeordneten im Bundestag, die man benötigt, um diesen Antrag im Bundestag einzureichen. Und dann wird der diskutiert. So, und es gibt zahlreiche Abgeordnete, die dafür sind. Mindestens 37. Man geht aber davon noch mehr aus. Aber es ist nicht fraktionsübergreifend, also komplett jetzt beispielsweise mit den Grünen, dass alle sagen, jo, die muss verbürden werden. Also generell glaube ich schon, dass das die eine oder andere Fraktion so allgemein sagt. Aber die haben halt Angst davor, was passiert, wenn es nicht klappt. Wenn es nämlich so sein sollte, nehmen wir den Punkt direkt mal vorweg, wenn es nämlich nicht so sein sollte, dass Bundesverfassungsgericht sagt, jo, die sind wirklich ganz böse, die müssen verboten werden. Was meint ihr, wie die Prozente dann durch die Decke gehen? Glaubt mir, dann steht aber der stärksten Partei auf Bundesebene keine andere Partei mehr im Weg der AfD. Da müssen wir uns so beim Klaren sein. Und das wissen sie auch. Und genau davor hat man Angst. Weil das würde bei so vielen Bürgern erstens, aus Trotz würden sie sagen, ja, sorry, aber das sind ja Werte, die hat die CDU, CSU vor 20 Jahren auch vertreten. Warum soll das denn heute so eine böse, schlechte Partei sein? Weil der ein oder andere vielleicht ein Bekloppter ist, um es mal ganz salopp zu sagen. Das hat man aber in jeder Partei. Also von daher auf eine ganze Partei zu schließen, ist absoluter Nonsens. Und wir sehen doch, dass zahlreiche Kandidaten aus der Partei auch entlassen und rausgeschmissen werden, wenn sie sich nicht entsprechend verhalten, sondern dubiose Kandidaten sind. Also das ist doch die AfD, gerade die Partei, die da nicht zimperlich mit umgeht. Was haben wir für andere Parteien in Deutschland? Ich möchte keine Namen nennen, keinen Bock wieder auf Anwalts schreiben, wo zahlreiche Kandidaten drin sind, die schlimmste Sachen gefordert haben. Ich will nicht ins Detail gehen. Ich denke, ihr wisst, was ich darauf anspiele. Und dementsprechend, da ist nichts passiert. Die sind auch heute noch in den Reihen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und in diesem Artikel heißt es hier, der Bundestag wird nach Weltinformationen demnächst über einen fraktionsübergreifenden Gruppenantrag abstimmen, in dem beim Bundesverfassungsgericht ein Parteiverbotsverfahren der AfD beantragt wird. Der Antrag wird demnach von einzelnen Abgeordneten von SPD, CDU, CSU, Grünen und Linken unterstützt. Also allen. Ausnahmslos allen. Nicht aber von den gesamten Fraktionen. Und das ist der Unterschied. Also das war ja das, was ich gerade erklärt habe. Einige wollen das garantiert noch mehr als andere. Und die haben halt Angst. Er war seit Monaten vorbereitet worden und wurde am vergangenen Freitag finalisiert. Da war man jetzt hier längere Zeit dran. Und ich bin mal gespannt. Wir wissen es ja aus verschiedenen Bundesländern, wie Sachsen, Thüringen und so weiter, dass wir als Bürger, als potenzielle Wähler einer möglichen Partei nicht mal darüber Bescheid wissen, ob die Partei oder was der Partei ganz genau vorgeworfen wird. Es gibt doch was in Sachsen? Genau, in Sachsen. Dieses 137-seitige angebliche interne Dokument, das wiederum belegen soll, warum die AfD so schlecht ist und verboten gehört. Wir sehen das gerne nochmal hier. Die Achse des Guten, Stefan Kloss, hatte das Ganze ja auch vor etlichen Monaten, das war im Januar diesen Jahres schon mal angefragt. Aber der Verfassungsschutz in Sachsen will dieses AfD-Gutachten geheim halten. Nämlich hier heißt es ja, es gibt nur dieses 2,5-seitige Medieninformationsblatt dazu und das 137-seitige Blatt oder Dokument, das wäre nur für interne Zwecke bestimmt, wie es ja hier heißt. Also das ist ja schon ein riesengroßer Skandal. Wenn die Partei doch so gefährlich ist, wenn doch hier 137 Seiten an Dokument bestehen und beweisen können, dass die Partei eine ganz schlechte Partei ist, dann sollte man doch hingehen und sagen, okay, die Bürger haben auch ein Recht. Wir sind auch in der Verantwortung, den Bürgern das jetzt kundzutun, wie schlecht diese Partei ist, damit die nicht aus Versehen diese Partei wählen, weil sie das ja gar nicht wissen können, weil wir es nicht veröffentlicht haben, wie schlimm die sind und dass man dementsprechend hingeht und sagt, okay, hier habt ihr das, guckt es euch an, das ist unsere Basis. Aber weil man es nicht veröffentlicht, bestätigt das doch jeden einzelnen Zweifler, dass nichts Handfestes sie in der Hand haben. Und überlegt euch doch mal, eine Oppositionspartei verbieten, in was für Ländern passiert denn sowas normalerweise? Bestimmt nicht in sauberen Demokratien, wie sie eigentlich in Deutschland existent sein sollte. Aber wer Thüringen, und ich habe mehrere Videos zu der Situation, dieser unsägliche Vorgang, der in Thüringen bei der ersten Landtagssitzung am Donnerstag und am Samstag dann bei der Fortführung stattgefunden hat, mit einer Situation, dass die AfD um ihren Vorsitz als Landtagspräsidenten beraubt wurde. Noch nicht mal als stärkste Partei mit 33% Wahlergebnis in Thüringen hat sie einen Vizepräsidentenposten bekommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die sprechen ja allen Ernstes davon, Demokratie und alles. Zitat, Der Bundestag beantragt beim Bundesverfassungsgericht gemäß Artikel 21 des Grundgesetzes und Paragraph 41 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes festzustellen, dass die Partei Alternative für Deutschland verfassungswidrig ist, heißt es in dem Antrag. Hilfsweise solle vom Verfassungsgericht festgestellt werden, Zitat, dass die AfD von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen wird. Ja, und dann wissen wir schon, in welche Richtung das Ganze geht. Wenn eine Partei natürlich nicht mehr die staatliche Finanzierung mitbekommt, was ja teilweise Millionen Euro jedes Jahr sind, dann ist das natürlich eine ganz, ganz schwere Nummer, noch konkurrenzfähig zu agieren, Werbung zu machen beispielsweise, Plakate aufzuhängen etc. Und das ist halt nicht wenig Geld, wie gesagt. Artikel aus 2022. Für das Jahr 2021 wiederum erhielten 20 Parteien Mittel aus der staatlichen Parteienfinanzierung von der insgesamt festgesetzten 200 Millionen Euro entfielen 192,7 Millionen auf die acht Bundestagsparteien. Weil man muss ja einen gewissen Prozentsatz erzielen in den jeweiligen Wahlen, damit man da bedacht wird. So sind, nehmen wir das mal vorweg, hier zum Beispiel, die Freien Wähler, 2021 mit 2,3 Millionen unterstützt worden, Tierschutzpartei 1,3 Millionen, ÖDP 1,2 Millionen, die Basis sogar, 678.000 Euro, die Partei eine halbe Million und so weiter. Also wir sehen, da ist auch schon was zu holen. Aber bei den großen Parteien ist es richtig, richtig viel Geld, um das es hier geht. Denn dann sehen wir nämlich CDU 51 Millionen. Für die Grünen sind es hier 30,1 Millionen. Für die FDP 16 Millionen. Für die CSU 15,7 Millionen. Für die Linkspartei 12,6 Millionen. Und die AfD sage und schreibe auch 11 Millionen Euro. Und jetzt stellt euch das mal vor, das würde jetzt wegfallen. Da kannst du nicht mehr als Partei agieren, wie du das vorher gemacht hast. Darüber müssen wir uns alle im Klaren sein. Das ist ganz realistisch. Und viele Leute gehen ja deswegen mittlerweile auch in die Parteien rein, sei es egal welche jetzt, und leisten einen Mitgliedsbeitrag. Und nicht irgendwie 10, 20 Euro, was so ein Mindestbeitrag ist, je nach Partei, ist unterschiedlich gehandhabt. Manche sagen auch, man soll so 0,5 oder 1% vom Brutto des Monatslohns abgeben und sowas. Quasi wie in der Kirche. Aber manche machen das halt auch freiwillig, dass sie ordentlich spenden, dass sie regelmäßig spenden, um halt die Parteien zu unterstützen. Weil man sieht ja, was hier jetzt passieren wird. Und das kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass man halt ganz klar sagt, ja, nee, das geht auf keinen Fall. Die Partei ist viel zu gefährlich, dass die jetzt auch noch finanziell durch die lieben Steuerzahler hier unterstützt wird. Nein, das geht nicht. Dass die Steuerzahler sie aber wählen. Das ist unerheblich. Weil, eine aktuelle Umfrage von Insa, wenn wir uns die angucken, sind ja aktuell 20, 19%. Wir sehen das hier in der aktuellsten Union, 32%, AfD bei 19%. Und genau das ist doch der Punkt, Leute. Genau das ist es, dass die Leute, die anderen Parteien offensichtlich, alle größte Angst haben, dass die Opposition noch stärker werden wird. Und man möchte sie jetzt unbedingt diskreditieren. Weil, nehmen wir an, dieses Verbotsverfahren startet jetzt noch dieses Jahr 2024. Wir haben im September 2025 die Wahl. Dass das bis dahin rechtlich durch ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber was wird passieren? Wir wissen doch, dass Wording in jedem Mainstream, auch gerade vorweg im Öffentlich-Rechtlichen, ist es doch ganz, ganz extrem. Und viel so, dass berichtet wird, der rechtsradikale Björn Höcke, der, you name it, irgendein anderer von den Parteimitgliedern oder Politikern, dann die rechtsradikale Partei, die unter, wie heißt es hier, Verdachtsfall eingestufte AfD und so weiter. Dieses Wording würde dann noch ein weiteres Wording bekommen, die Partei, wo gerade ein Parteiverbotsverfahren in der Prüfung ist. So in der Art würde das Ganze ausgedrückt werden. Und das würde permanent, permanent, permanent bei den Bürgern rauf und runter gerattert. Und die Bürger würden mit der Partei nichts anderes mehr verbinden, als genau diesen Punkt, als genau das, dass da gerade das Verbot in der Prüfung ist. Karl-Heinz, du kannst doch nicht die Alternative wählen, hast das nicht mitgekriegt, die sollen verboten werden. Ja, Lisbeth, da hast du natürlich recht, das ist natürlich ganz kritisch. Ne, das mache ich jetzt nicht mehr. Wisst ihr, Leute, man darf nicht von sich selbst ausgehen, dass man sich so, wie wir hier, über diese Themen beschäftigen und damit hier verschiedene Prüfungen für uns selber auch hinter, oder durchführen und ähnliches machen, sondern, dass wir ganz klar sehen, dass solche Leute sich nur einseitig informieren und sobald so etwas im Fernsehen kommt, also haben die doch im Fernsehen gesagt. Also im Fernsehen erzählen doch keine Lügen, das stimmt doch nicht. Überleg dir doch uns, wenn im Fernsehen, Karl-Heinz, wenn im Fernsehen was Falsches gesagt worden wird. Ne, also das ist ja nun, das sagen ja nur diese Verschwörer, diese Leugner da, diese C-Leugner. Also, Heidewitz geht's, komm mal runter, wenn der der Brunhild von da oben gehört. Wisst ihr, so ein Schwachsinn läuft dann ab. So ein Schwachsinn von Leuten, die keine Ahnung haben und dann anfangen und so, ja Björn Höcke, ja, das ist ja ein N-A-Z-I. Ja, natürlich. Und wenn du die mal dann drauf ansprichst, das sieht man bei zahlreichen YouTubern, die auf Demonstrationen vor Ort sind oder ins Gespräch gehen mit Leuten. Ja, und warum ganz genau soll das ein N-A-Z-I an? Ja, das habe ich in der Tagesschau gehört, das habe ich im Fernsehen mitgekriegt. So was kommt dann da raus. Konkrete Belege, Nachweise, nichts, gar nichts, da steckt nichts hinter. Aber nochmal, diese Einfältigen werden sich darüber freuen. Wir brauchen Demos gegen Rechts. Wir kennen das doch. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Erstens, brauchen wir ein Verbotsverfahren für diese Partei? Und zweitens, wird es erfolgreich werden? Ja oder nein? Danke fürs Zuschauen. Jetzt das Abo dalassen. Bis zum nächsten und ciao.